Hey Leute, weiter geht's mit Life is Strange, Episode 4. Wir haben Beweise gefunden hier in den Spindeln. Und sind jetzt drauf und dran, Chloe davon zu berichten, beziehungsweise ihr das zu zeigen. Ich will mich da mal ganz kurz umschauen, aber ich glaube, das haben wir uns alles im letzten Bad schon angeschaut. Deswegen werde ich das, glaube ich, nicht nochmal extra tun. Oh, ein Foto. Ein Foto? Es ist unglaublich, wie viel Drama in diesem Wohnraum gesehen hat. Oh ja. Joyce muss sich so schrecklich sein. Hast du jemanden helfen, Max? Naja, die Frage können wir beantworten, denn wir helfen ja irgendwo Chloe. Das definitiv. Zumindest versuchen wir es. Und klar, man kann Fehler machen. Niemand ist vor Fehlern gefeit. Oh, kommen wir da gar nicht raus. Da sind tote Vögel. Die hätten wir vielleicht noch fotografieren können oder sowas. Öffnen. Doch, wir kommen raus. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich glaube, wenn er rausgeschmissen wird, ich würde jetzt auch nicht unbedingt direkt noch irgendwo aufräumen, wenn ich hier direkt irgendwo rausgeschmissen werden würde. William hat niemals aufhören. William hat das Wolle nicht aufhören. Okay. Das müsste wirklich mal gestrichen werden. Wenn ich ehrlich bin und ich bin da ganz ehrlich euch gegenüber, auf jeden Fall immer. Das wüsst ihr auch. Eine Schaukel. Aber ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, oder? Außer Bierflaschen. Aber was sonst? Huch, hier brummt es in meinem Ohr. Okay. Ich glaube, wir können wieder reingehen, weil so viel ist hier letzten Endes auch nicht. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten hier vielleicht noch irgendwas finden. Okay, dann würde ich behaupten, wir gehen jetzt einfach mal direkt zu Chloe und sprechen sie auf. Beziehungsweise wir zeigen ihr einfach mal dieses Tagebuch. Gucken wir jetzt. Yo, Chloe! Sind Sie noch bereit? Ich muss zurück zu meinem Dorf. Sind wir glücklich? Sehr glücklich. Ich habe das secretive Filet Jackpot. Kate, Nathan und Rachel. Plus ein paar Locationkoordinaten. David ist wie eine Ein-Mann-Surveillance-Armee. Jetzt gehen wir die Hölle aus hier, bevor wir büsten. Jetzt gehen wir herausfinden, was Nathan in seinem Raum schiebt. Wir müssen extra bemerkbar sein. Max, jetzt ist es Zeit, Nathan Prescott zu uns zu bemerken. Oh, da ist aber jemand drauf und dran, dem Nathan wirklich das Leben zur Hölle zu machen. Okay, wir wissen ja nicht, was hat Nathan denn jetzt wirklich alles auf dem Kehrpols. Und dass er einiges auf dem Kasten hat, das wissen wir, seitdem wir ihn in der Mädchentoilette in der Schule gesehen haben. Okay, wen sehen wir denn hier? Unseren, äh, Lehrer. Und Direktor Wals. Die anderen mit Studentinnen. Die sich hier vergnügen. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch wir, die, äh, sich dann da ein bisschen reinschleichen und gucken, dass wir halt Nathan's Zimmer da ausspüren, beziehungsweise das nächste Ausspüren, die sich da ein bisschen in Nathan's Zimmer umsehen. Hey, Max, how are you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. Um, and this is my friend Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird, just being on campus, like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing him. Yes, you will. Hot floor teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignorant. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Okay. Auf jeden Fall mal lustig, dass, äh, Chloe irgendwie dann doch auf Mr. Jefferson auf unserer Nähe steht. Und wir müssen uns jetzt hier umschauen. Na, also wir haben offensichtlich kein Foto eingereicht zum, äh, Heldin des Alltags Wettbewerb. Was natürlich auch sehr, sehr schade ist. Der Bob. Ach, der fährt doch schon zu euch. Okay. Ich hab gedacht, ich könnte mich so ein bisschen ärgern. Mit dem können wir nicht reden. So, wir haben mal hier den Zachary. Zachary. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie der nicht ausgesprochen wird. Jetzt Zachary sagt sie immer. Aber ich glaube, ähm, das ist so die englische Aussprache. Mrs. Grant looks interested in whatever Samuel is saying. Hi, Mrs. Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell's surveillance free. Jetzt ist halt nur die Frage, ob das wirklich so gut ist, äh, oder auch nicht. Weil eigentlich, ähm, gibt es hier Gründe und die seht ihr hier gerade auch in dem Kreisel, in dem Dialogkreisel, wo wir unsere Entscheidungen, ähm, treffen können. Nämlich Kate, Nathan und auch die neuesten Ereignisse. Weil wir hätten so mit den Überwachungssystemen eigentlich alles aufgezeichnet gehabt, denke ich. Und das ist das große Problem dabei. Hat man zu wenig, äh, ne, Sicherheit, dann, dann passieren ganz, ganz schlimme Dinge. Das könnt ihr euch alle ausmalen, das ist mal klar. Allerdings bei zu viel, ne, passieren auch schlimme Dinge. Aber dann werden die Menschen halt so richtig schlimm eingeschränkt. Und das ist das Schlimme. Man muss den Gold im Mittelweg finden, in meinen Augen. Ähm, ich denke mal, das geht über die Wissenschaft hinaus. Ich meine, man soll ja für alles offen sein, ne, Leute? Ähm, die Toten Tiere? Ähm, das ist jetzt die Frage. Sollen wir ihr von dieser Zeitreise berichten? Oder Dubanga? Ja, Dubanga, keine Ahnung. Wer ist denn Dubanga? Ich glaube, wir, wir halten mal lieber die Klappe, was die Zeitreise angeht. Okay, Leute, reden wir über, über Kate, würde ich sagen. Weil Kate ist so, ähm, das, was so offensichtlich ist, ne, äh, was, vielleicht hätte es sogar verhindert werden können damit, mit diesem Überwachungssystem. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate was the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Ähm, Blackwell braucht Hilfe, ne? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Ja, das stimmt wohl. Die Badi hätte ruhig verschoben werden können, wenn nicht sogar komplett, äh, ja, verhindert werden können in dem Moment. Ähm, okay, die Prescott-Familie. Ich denke mal... Hm, ja. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from carwashes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I, I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. Uh, she can invest her? You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once. But Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual. So maybe it's good you haven't found him. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Okay, well, let's go back a little bit more. Because we have new information at this point. Sad. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Ähm, ja, jetzt ist die Frage. Über was sprechen wir denn? I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse. Much less the snow in Wales. There must be a scientific explanation. Right? When my friends at NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why. Maybe it's time to get worried. Like they are. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Okay. Ähm, wir reden über die toten Tiere. Ich bin ehrlich, das ist alles schon gehört, deswegen rede ich da jetzt einfach mal rein. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt helfen würde, wenn wir jetzt noch von unseren, von unseren Visionen anfangen würden zu reden. Das glaube ich einfach nicht. Okay, wir reden jetzt über Kate. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate was the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Nein, Blackwell braucht her für nicht mehr. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe. Not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. And genau dazu, ja, wir haben eben darüber gesprochen, wie gesagt, ich will nur gucken, ob jetzt irgendwo noch was an Informationen rauskommt, weil eigentlich diese Symbollinks oben im Bildschirm, was ihr da gesehen habt, oder im Fernsehen, je nachdem, wo ihr euch das anschaut, hat ja bisher eigentlich immer gesagt, es gibt hier eine neue Option, die können wir nutzen, wir haben Informationen, und mit den Informationen kriegt man vielleicht noch mehr Informationen. Und das versuche ich hier gerade, ne? Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum die Dialoge schon wieder aufkommen, oder ich jetzt hier mitten in die Dialoge reinpubel. Da bleibt als einzigste Option also wirklich nur noch der Nathan. Ähm, sie kennen ihn besser, ja. Oh, viele Leute, jetzt tue ich das Ganze aber überspringen, weil... Nathan needs real happiness. Yes, he does, Max. I... I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. It's always good talking to you, Matt. Okay, also, es gibt offenbar doch keine... ...anderen Optionen. That's cool to see, that Samuel's not alone for once. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. Ja, wir haben eine Menge, äh, Menge Fragen, das ist klar. Und zwar über, was generell in Arcadia Bay vor sich geht, über die Menschen hier, über die Tiere, natürlich über die Totentiere. Ähm, und womit fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, von links nach rechts, wir fangen bei den Menschen an. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Okay, wir fangen bei David an. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me, I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I, I think he sees you, Max. Warum? Warum? Why do you say that? Because you both see with cameras? I think you have better vision than both of us. No, Max. I, I just look at everything from a different angle. Damit hat er natürlich vollkommen recht. Und so gesehen, ja, auch wir schauen auf die Welt mit einer Kamera. Ja, denn, ja klar, wir sind Fotografiestudentin. Oder Fotografiestudentin, ja. In dem Fall Studentin. Und was sollen wir denn anderes machen? Wir studieren ja die Fotografie, also machen wir auch Fotos. Ich würde sagen, weiter geht's mit Kate. Mal gucken, ob Samuel uns dazu was sagen möchte. Ja, Kate wurde ja gemobbt. Schicksal, nee, nee. Schicksal ist immer so eine Frage. Also, lieber die gemobbte Kate. Ja, das, das kann, kann man eigentlich wirklich. noch hoffen. Deswegen, rest in peace, Kate. Aber, das ist ja nicht der springende Punkt. Also, wir haben jetzt hier erfahren, dass Samuel auch von dem Mobbing wusste und dass er die Leute gewarnt hat im Endeffekt, dass es so weit kommen könnte. Und gut, was hat er zum Nathan zu sagen? Hast du gesehen, dass Nathan Prescott sich umgekehrt hat? Das wäre schwer, seit er zu verabschieden wurde. Du klingst nicht traurig. Er sieht, was wir tun. Er sieht, was wir tun. Das heißt, er weiß ganz genau, dass wir hier das dunkle Geheimnis in der Raidschits verschwinden und auch um Kates Tod auftecken wollen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Und wenn er schon sagt, er hat nicht genug Informationen oder genug Beweise, um uns helfen zu können, dann ist die Frage, wer hat sie dann? Also, wir müssen sie uns definitiv selber holen, so wie es aussieht. Und das wollen wir ja auch, aber wir sprechen erstmal mal über das andere, was hier noch alles so abgeht, nämlich über die toten Tiere zum Beispiel. Ähm, ja, gestrandete Wale. Wie kann jemand erklären, all diese pechigen Wale? Mein Vater war ein Fischerer, und er hat mich raus, um zu hören, die Wale singen. Jetzt, sie... sie nur kreieren. Ähm, Eko Klaus? Du denkst, dass das ein bisschen Eko-Diesaster ist? Ich glaube, es ist mehr als das. Einige ist, dass alles das passiert. Du denkst, Samuel? Du und Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Okay, ja. Kann er ja keine machen. Ich meine, da ist es soweit vollkommen in Ordnung. Jetzt... ja, wir haben aber noch mehr tote Tiere, ne? Die Eichhörnchen zum Beispiel. Oh, ich bin glücklich, dass deine Zwiebeln noch gesund und glücklich auf dem Campus sind. Ich bin ja gar nicht tot, Leute. Wenn etwas zu ihnen passiert... Oh... Nicht so lange, als du hier bist, um sie sich anzunehmen, Samuel. Das nur was, was sie sich anzunehmen, ist das Essen. Oh, putzig. Ich finde das immer so süß, wenn ein Eichhörnchen irgendwo ankommt, rumläuft, vielleicht sogar ein Baum hoch oder runter. Aber wir waren ja noch gar nicht fertig, Samuel. Denn wir haben ja noch die toten Vögel. Wir haben nämlich noch die toten Vögel hier und da möchte ich mal wissen, was er dazu sagt. Ähm, was ist passiert? Was ist passiert? Ich würde sagen, dass das Skye zu schmerzen ist für ihre Wände, aber... ... etwas Schmerz ist in der Luft. Es ist so ominös. Unless es ist Fade... ... dann ist es nicht wichtig. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es Schicksal ist. Gut. Ähm, Arcadia Bay? Ja, denn hier gab es ja einige Ereignisse, nämlich die Sonnenfinsternis, die eigentlich so hätte gar nicht stattfinden können. Rachel, die ja verschwunden ist, und der Vortex-Club, ne? Ihr wisst, die Party. Rachel und Nathan, diese ganze Drogengeschichte ohne der Selbstmord letzten Endes von Kate. Wir fangen an bei der Sonnenfinsternis. Äh, der Anfang von was, bitte? Weiß ja doch mehr als wir. Anfang von was? Oh, ich glaube nicht, dass nichts ever endet. Besonders Zeit. Das ist, warum ich mich so sensin, dass etwas größeres ist, die nach Arcadia Bay kommen. Und Max? Ich mag es überhaupt nicht. Okay, ich glaube, er hat auch so ein bisschen eine Vorahnung von dem, was passieren könnte. Nämlich von diesem Tornado. Oder von diesem Wirb. Hurricane, ein Hurricane müsste es sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und... Der kann natürlich nicht gut sein, weil... Ne? Es wird hier alles zerstören, wenn der auf Arcadia Bay trifft. Ich glaube, sie lebt. Okay, das ist jetzt so ein kleines bisschen, äh, unheimlich, wenn ihr das so sagt. Weil er sagt, er, Rachel ist, äh, auf jeden Fall in unserem Herzen. Sie lebt in unseren Herzen weiter. Er weiß ja nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Aber dann sagt er, wir werden finden, wonach wir suchen. Und Rachel Amber wartet auf uns. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass er mit all dem irgendwas zu tun hat. Auch wenn er jetzt nicht wirklich den Eindruck danach macht. Aber man weiß ja nie, Leute. Ne? Also, da könnt ihr auch keiner mal drüber nachdenken. Die Leute, die es wissen, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber ansonsten, die Leute, die es noch nicht wissen, ihr könnt ruhig mal gemeinsam mit mir spekulieren, wenn ihr möchtet. Weil ich, ich glaube schon, dass das vielleicht, äh, zumindest der junge Mann hier, der Samuel, ein bisschen mehr weiß, als das, was er uns jetzt sagt. Zumindest mal ist es aber gut, dass, dass wir auch einen ganz anderen Blickwinkel bekommen, ähm, wenn wir mit ihm reden und von dem, was er hier eigentlich so alles sagt. Gut, wir reden noch über den Vortex Club. Ich würde lieber in ihrer Klasse sein, als im Vortex Club. Ja, sie würde. Ja, genau. Wie holst du es? Vielleicht kann man leider nicht, aber schönes Tierchen Hey Brooke, How are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? I need to find me Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see Ape-Movies with Warren. You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Oh, man. Ich glaube, die junge Dame, die ist ein bisschen sauer auf uns. Steht sie vielleicht selber auf den Warren? Talk to you later, Max. Oh, man. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ein bisschen sehr, sehr viel schade. Was haben wir denn hier? Ja, stimmt. Die Vögel. Und da oben kommen wir ja gar nicht hin. Oh, wo ist er? Ich glaube, die Tobango wird nie irgendwelche Geheimnisse zu uns geben. Na gut, dann ist jetzt die Frage, was geschieht als nächstes. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Chloe und gucken einfach... Hallo, Max. Das guy wants to kill us. Ja, die Gedenkstätte. Wir gucken einfach mal, was Chloe jetzt dazu meint. Oder ist hier noch irgendjemand? Das ist ja noch jemand. Rachel owes me money. Pay-up picture. Ne, ist klar. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Ich liebe deine Zeichnungen. Ja, seine Zeichnungen sind ja auch wirklich klasse. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Okay, und nachdem wir ihn ein wenig aufgemundet haben, können wir ihn natürlich auch ausfragen. Und hoffentlich in der richtigen Art und Weise. Mal gucken, ob er was zu Kate weiß. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anybody, Max. But, oh, I did actually have a conversation with Brooke. She was very sad about Kate. So am I. And angry. We should stop going to class and stage a protest. But that's not going to happen at Blackwell. Yet. I like this revolutionary Daniel Da Costa. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Okay. By the way, have you seen Nathan Prescott? Oh, I heard a rumor. He's actually suspended. Yeah, but he's still gotta be on campus. That explains why he looks so pissed off when I saw him leaving campus a few moments ago. Okay, also Nathan scheint wirklich vom Campus runtergelaufen zu sein. Aber was sagt der gute Daniel denn zur Weltuntergangsparty im Vortex Club? Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man. People here push me in the lockers, not dance floors. Ja, trotzdem sollte er zur Party gehen, ne? Ich mein, ähm, es gibt ja auch Leute, die sich mit ihm verstehen. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell Bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Dammit. I will go to the party, like it is the end of the world. Okay, maybe I won't go, but... No, I won't do that, but... I'll go. Let's talk later. Okay, Daniel? Okay, jetzt kann ich nur hoffen, dass wir nicht irgendwas Schlimmes hier mit angestoßen haben. Gut, Leute, ja, ich bin am Überziehen, aber wisst ihr was? Wir sprechen trotzdem mit Chloe. The coast is clear. It would be so cool, if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. Okay, also reinschleichen. Und gucken, was vor sich geht. So lame, they don't have COA-Dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal, if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathans room. Okay, Leute. Also, ja, wir haben gar nicht so wirklich mit Chloe geredet. Was weißt du, wenn wir schon gesagt haben, dass Nathan nicht da ist. Aber Leute, wisst ihr was? Wir sind am Ende dieses Bads angelangt. Und deswegen... Ja, es soll an dieser Stelle mit diesem Bad Schluss sein. Also, ne? Bad vorbei. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und zwar genauso gut, wenigstens genauso gut wie mir. Weil ich fand es schon wieder richtig klasse, was man hier alles an Informationen bekommen hat. Und letzten Endes ist es auch immer wieder interessant, wie es dann weitergeht. Also, ich freue mich immer besonders darauf, wenn ich Life is Strange für euch aufnehmen darf. Nicht nur für euch, ist ja dann auch für mich. Ich finde das nämlich genial. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben und teilt den Link zum Video fleißig. Und wenn ihr meine Videos liebt oder noch mehr davon sehen wollt, vielleicht auch, wenn ihr sehen wollt, wie ich mich hier so generell weiterentwickele, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und dann passt das alles. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt. Let's play Life is Strange Episode 4. Bis dahin. Tschüss.